Ja, ich freue mich, dass du mich hier von dir sein kannst. Ich konnte nicht sein, aber danach freue ich mich, dass wir hier zu sein von dir. Das ist hier ein wertvoller Dach. Ich dachte bloß einfach so, ich will hier so ein kleines Ding mit dir von dir mitgehen. Ich würde so vielleicht meine Bibel hängen. Ja, wenn sie vielleicht 50 sein haben, auf die Bibel, dann würde ich es vielleicht nicht hören. Aber mir ist ein Teumat sehr wichtig. Ich möchte ihn hier einmal bringen. Hier so sein, wo du Pläte merken. Wie du ihn planten. Dann haben wir erfährt und viele Gedanken. Das ist ein Teumat von dir, weil ich einmal so nennen. Es ist Technologie, Mission biblisch. Also, es wird biblisch über das Fuhren und das Evangelium überbringen. Und so, wir wollen uns da ein paar Dinge über Bekenntnis von dir. Aber ich würde gleich einmal zum Anfang einmal die Antwort beantworten. Für die, die du sie sehn und das nicht biblisch. Der wird sie sein, dort Fuhren und das Satan sind und das nicht gut ist. Und ich würde dort einmal sagen, du beantworten mit ein paar Bibelfarschen. Und ich würde gleich sagen, vielleicht würde ich sagen, du plantest. Das hat nicht Sinn. Den bräuchten wir bloß für den neuerlichsten. Nichts denn, dass wir planten und dass wir essen können. Naja, eins sieht dann vielleicht schäbeln. Und ich sehe dann karten und was. Ammer hat man nicht alles geplant mit dem, nicht so. Und ich würde sagen, das ist biblisch, das würde ich schäbeln. Aber das Fuhren, das geht nicht. Aber es hat so viele Dinge, man hat einen Touchscreen und all das. Und ich habe gesagt, ich wollte ihm mal von uns fragen. Glaubst du, dass die Bibel ist, was? Glaubst du, dass es vielleicht noch nicht dienen ist? Und ich sage, dass es noch nicht so ist. Und wenn du ihm sagst, dass es nicht. Dann würde ich wirklich gleich noch etwas erzählen mit ihnen. Und dann würde es doch sagen, dass es auch wieder wird. Dann fangen wir mal an den Bibelfarsch zu lesen. Ich würde eins hier vielleicht nicht so sagen, die Bibelfarschen. Aber ich würde einmal sagen, fängst du in die eine Bibel ab. Dann würde ich den mal lesen. Und das ist falsch. Wenn wir sagen, dass die Fuhren, dass es nicht. Dass es ein sattes Ding ist. Dort geht plötzlich da wird geholfen. Also das. Das Fuhren. Das Touchscreen-Fuhren. Das ist nicht geholfen. So, da waren wir uns mal diesen falsch zu lesen. In Kalassakopil 1, Versaß stehen. Deshalb waren wir uns diesen falsch zu lesen. Und da sagten sie es das. Weil durch Amen. Durch wem? Der wird durch Jesus Christus. Das war der Jesu Pfarr, den sage ich das hier. Das sage ich. Weil durch Amen wird alles geschaffen. Alles in den Himmel und abiert. Dort Sechbore und dort Ansechbore. Sehen dort Träunen, oder Herrschaffen, oder Regierungen, oder Gewalten. Alles ist durch Amen, für Amen geschaffen. Und das würde ich hier sagen. Und das Säventchen erfahre ich. In der Säventchen erfahre ich. In Heuer ist für allem. Und alles besteht. In allem. Also alles. Alles. Das sage ich das über das Fuhren nicht. Nur das sage ich. Alles ist durch Gott. Und das sage ich auch. Und das sage ich nicht nach klarer. Und das sage ich euch vor allem. Die Menschen haben es bei dem Weggemerkt. Die dueleitung durch Hügel wird ihm Gottesheiser noch wegbringen. Von dem Weggemerkt. Das sage ich euch. Das Ding ist. Das Ding ist. Das Ding war nicht gemerkt für wo es von dem Weggemerkt wurde. Das war nicht da. Das sage ich euch. dann wird dort noch mal zu errichtet gebraucht, dann hast du vielleicht die Frau, okay, wenn du alles durchgeholt hast, okay, dann kann ich nicht schmieren, dann kann ich nicht drehen, dann kann ich nicht durchgeholt sein, alles ist durchgeholt, sagst du dir, das stimmt, alles ist durchgeholt, du hast nichts, was nicht durchgeholt ist, alles, ab dieser Zeit, wo du sein kannst, wo immer ist durchgeholt, weil so, kipp mal, ich darf lachen, kann ich nicht mehr planen, kann ich nicht, wenn ich nicht lachen kann, umgeholt seine Kraft, kann ich das nicht tun, also halfgottet euch leben, dann kann ich das verstehen, wo kann ich denken, wer ist mir erschrocken, Gott, komm mal, ich komme von Gott, Gott habe mir einmal gemerkt, wo kann ich ihn denken, dann kann ich sagen, wer hat das von gemerkt, aber weißt du, das denken, das hat nicht eine Säule, das hat nichts, das hat nicht an sich, was du so sinnst, weißt du, wenn ich das von, was hier ist, auf der Flur, auf der Erde, und ich war durch die 100 Jahre allein, und ich weiß nicht, was ich versinnere. Und so wollen wir uns nach Hause lesen. Das ist auch noch mal erforschen, das ist ganz cool sein. Räumarkopil auf, vor dem Saßen da ich, da wollen wir uns den mal noch lesen. Das ist auf Hingwürg, da ich gerade das. Und so wurde ich noch ein dolles Mal erforschen abgenommen. Ich wollte nicht alle abnehmen, wenn der Titel ich lange nicht üht, weil ich hier so häufig war, in einem kleinen Video, wo du einmal ein bisschen lang wartest. Aber weil wir uns das immer hier so bekennen, wo dann es die Bibel sagt, da sage ich, dann von Arm in durch Arm, in verarm, das sind alle Dinge, Arm gehiert dich, eher in der Ewigkeit. Amen, sage ich. Das wurde hier so sein. Da sage ich, verarmt alles. Tja mal, wie kann das nicht sagen, ich sage es wird sein, als wird die Bibel uns sein. Wie kann das nicht. Was wird dann nur sein, der das Satan sehen? Weißt du, wenn du seist, der das Satan sehen, weißt du, dann seist du dir das auch? So klar. Weißt du, dass du das Wort gemerkt hast? Dass du uns das gemerkt hast? Das ist, dass du die Technologie gemerkt hast. Wir haben nicht die Bibel, wenn du nicht Technologie wirst. Wir haben nicht so richtig plottische Bibeln. Wir haben nicht so richtig jügtische Bibeln, wenn du nicht Technologie wirst. Du brauchst immer wahre Technologie, indem du die Trend. Wo wir sagen, dass du es nicht hinzuhören. Wenn du uns in der Figur bist, wenn du ungehebt hast, dann reine ich mich nicht hinzuhören. Wenn du mir ist, dass es international ist, dann reine ich mich nicht hinzuhören. Wenn du in der Figur bist, dann erinnerst mich einfach, wenn du in der Figur bist. dann klar, dass es John Deir ist. Also, wenn du das nicht von Gott erinnerst, Nur bei der Bibel sage ich, alles ist von Gott, weil es dann der Eikäse ein paar Rüte nimmt. Das ist gleich, was die Bibel sage, dort nicht ihr Toedown und nicht Fett. Weil es dann nicht alles von Gott, was hier erschaffen ist, weil es dann der Eikäse wird wegnehmen. Weil es dann sage ich, die Bibel, dort ist sie fertig für uns. So wie waren hier so nicht wieder, in Johannes 1, Vers 3, Kostik lesen, du so sagst, der Dirk, dort alles ist, da ich am gemerkt und ohne Ames, nur Schabbau. Weil wir wieder gehen, ich will von dir ein bisschen über die Christen reden. Und ich will keinem nicht starten, keinem nicht hören, aber das ist nicht mein Ziel. Aber ich will, dass du Gott das anzulieren darf. Und ich habe ein Missverständnis über die Medienmission, habe ich ein Missverständnis. Sehr viele Lehrer haben ein Missverständnis über die Medienmission. Und ich will von dir sagen, ich will, dass du sie ab und herhören und sagen, dass wir vielleicht sich. Vielleicht kommen nur zwei oder drei Städte Meier, dort ab einem stöttert Uppdach. Ah, das wäre das. Aber ich bedürfst, was ich weiß, was ich gewinne, was ich gestaltet habe. So gestaltet hat, Hans, so vielmals hier. Und dann, da ich dir nicht auf, dann glaube ich, wenn du nicht hören, was die Bibel hat. Das ist die Medienmission biblisch. Von daher, wie wir das uns bedannten haben. Vielleicht denken, das wird nicht so wichtig sein. Die Christen sagen, weil die Bibel in der Bibel ist nicht schlecht. Ich weiß nicht, dass wir das sind, was es schlecht ist. Aber ich wollte dir sein. Und ich sage, dass die Bibel in der Bibel ist schlecht. Weil die Bibel einfach schlecht ist. Weil wir sagen, dass die Bibel nicht schlecht ist. Weil jetzt dann erst einmal ein paar Teile machen. Nein, einfach zu tun. Für die Reine ist alles Reine. Aber für die Aureine ist ein Unglaubender. Alles Aureine willst du sein im Gedanken und im Gewissen Aureine. Also, dann werde ich die Doppel sagen. Wenn du Aureine in deine Gedanken und in dein Gewissen dann ist es wichtig, dass du klar hast mit Gott. Dann wird es nicht mehr Aureine sein. Für die Gläubende, alle Warengeborene ist es nicht mehr Aureine. Aber, der Gläubende hat auch noch mal ein bisschen Trubbels. Wir waren nicht hier die Trubbels zurückgekommen, solange wir in dieser Welt sind. Wenn wir hier schon oft sterben sind und Jesus wird anders geholt haben, weißt du, was er gleich dort noch möchte verglichen? Das wird mit so einem großen Trektor sein, wenn er die Plüge angeht, und die erfahren alles, was er kann. Und dann auf uns hält sich der Plüge, der Hekt los. Dort wird so leihend los, wenn wir schon los sind von diesem Fleisch, das wird leih sein, das wird herrlich sein. Und heute, ich denke, wir sind von denen da viele Menschen. Die sind christlich, die sind ganz am Glauben, die sind viel für ihren Hören. Bis dahin ein Missverständnis, ebenso die Medienmission. Und ich muss direkt zu ihnen von denen reden. Nicht um den eigenen Glauben, wie ich sage, aber ich möchte dann so wie Gottes etwas sagen, von denen. Und ich will ein paar forschen, und ich will sagen, dass unsere Dinge ganz einfach klar werden. Und nicht um das, ich will nicht aus, wie wir rechnen oder schleißen sein. Und ich lebe bloß einfach, was uns die Bibel sagen wird. Und ich will bloß ein Gefäß haben von Gott und sagen, dass wir uns täglich nicht mehr kennen. Ich glaube, ich bin mutig, und ich hoffe, ich bin mutig, und ich bin dankbar, dass ich heute von denen hier so in der Sendung ist einfach froh. Ich kann doch nicht mal davon reden, wie in der Titelrand ab. Aber ich kann hier so einen Bibelfarsch in Markus Kapitel 6, Vers 15. In dieser Versch, da seien es hier so etwas wichtig, denn da seien es in Heuseethe an. Gut an, in die ganze Welt, im Predigt der Öffentlichkeit, die ganze Erschöpfung. Also da ist, wie sagen wir, in der ganzen Welt lang, die Öffentlichkeit, die Öffentlichkeit, wo wir wohnen, wenn ich will von unserer Stadt bei der anderen wohnen, ich muss einen Tag kommen, also meine Familie, da wird mit dem Tag dann noch nicht noch einmal sein. Weißt du, wir haben ein Missverständnis. Wir wollen uns mal eine Plante zum Beispiel nehmen. und wir haben ein wenig, dass wir da sind. Wir schauen mal, dann wirst du die Plante mit dir hängen. Ich weiß nicht, ich bin nicht von der Älderen, also ich kann nicht die Erfolge haben. Was ist mir gesagt, du wirst leckeres gemerkt, dann wirst du dazu nehmen, und dann taue ich schaue. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, du wirst die Haufen und Gartenplan. Was war ein eigenes Ideen, was ich will? Für all die Millionen Menschen, die du von der anderen Tag sind. Glaubst du, wenn wir da sind, wenn wir da sind, wenn wir da sind? Nein. Weißt du, du kommst nicht in die Schatten hin, dass die Menschen alle leben können, wenn wir da sind, dann bräuchte das Gerät, dass wir alle leben können. Du musst gerät werden, gerät werden, wenn wir in der Welt, die gerät werden, und die Menschen vermeiden sich. Du musst alle da sein. Weißt du, das ist, was du anbetenst. Und gerade so, als du mit dir fand. Die Bibel sagt, wir sagen, dass wir in der ganze Welt hingehen, wenn wir in der Welt gehen, weißt du was? Das Welt vergesst das nicht. Ich weiß für Gott, dass alles möglich ist. Aber weißt du was? Gott, ich fand es die Möglichkeit, dass wir gerät werden, von ihm, denn wir können essen alle sein, zu kriegen. Die Forme, die man schafft in den Dänen, dass die anderen alle essen können. Weißt du, Gott merkt, dass wir möglich, dass wir das machen können. Das ist das. Kann wir das auf den Geheimen bringen? Vielleicht sagst du noch nicht. Weißt du was? Ich will gerade so sein, wenn du dort sagst, nein, die Medienmission ist nicht biblisch, dann will ich dir auch einmal die Titus einverteilt sein. Ich will nicht die Hände machen, das ist nicht was ich will. Und weißt du, wenn wir sagen, dass es unbiblisch ist, dass es nicht gut geht, dass ihr euch da seid, weißt du, dann habe ich ein Missverständnis. Ich bin, in der Hand von Gott ist. Dann habe ich einfach. Ob du etwas verstritten oder nicht, dass ihr mich da seid. streitet durch mit Gott, wenn ihr euch da seid. Das ist biblisch. Wie können wir das tun? Wollt's, kein Satan ein Mensch zu einer Klarheit bringen? Kein Satan das tun? Ich hoffe nicht. Wollt ihr, wenn wir sagen, das ist ein Satanswerk, wenn wir sagen, die Mission ist nicht biblisch, die Medienmission ist nicht biblisch, wir sagen, dass es nicht geht, wir machen das persönlich tun. Wenn wir vielleicht, vielleicht wo wir diesen sein, Brücken, von dort wird die, die Fasch, die Fasch, die Fasch, die Brücke auf dem Leben. Vielleicht ist das aber ein biblisch. Vielleicht wird das vielleicht mal so sein, dass es die Bibel hat, sage ich. Weil jetzt, wir waren, durch was kommen wir zum Glauben. Was sage ich das in den Räumen? Dort sage ich, durch die Predigt. Von woher kommt die Predigt? Durch die Word. Okay, wenn wir jetzt sagen, das hat passiert, dadurch, wenn die, durch das zum Glauben kommen, dann wollen wir, durch das gefordert sein, was wir dann zusammen erreichen. Dort können, durch, durch, das mit Gottes Wort, diese Nähe schenken. Ich wollte von dir einmal vergleichen, wenn ich diese Suche nach schenken, in, ich werde vielleicht, wundere, mit dir nicht mehr schenken. Eine Sache, von Suche, darf, 220,000 Kinder gespannen. Ich schaue diese Sachen an. Dann kann, mit einer Sache, kann ich, mehrere Aker befördern. Wie dann, dann, wie dann, drei, vierdich, du sind, ab einem Aker, wenn wir, was geschehen, dann, ab drei, dann, oder wen, ja. Wenn ich dort alle soll, dann kriege ich nur eine Sache, zwei Sachen vielleicht, dann, bei dir ist, ich würde zwei Sachen kriegen. 200, und 20,000 Mal. du midden, Champions-Lean, wundere meine Sache, wundere, mit dir sind, das ist ein 1,000,000, viermalen, in der, ich kann sagen viele, mit der, wundere, wenn du auf das, das ist eine ganze Sache, dass ich alle Menschen, die alle Menschen, wundere, die, wir haben ja schon viele, die wir hatten, die sind noch viele, die sind noch nicht von wegen Gottes Gehirn. Weißt du, du bist in Bolivia, in Paraguay, ich weiß nicht wo alle wen, aber da denke ich, ich weiß dich an. Du bist in Städten, wo du nicht mit dir eine Feuchtwurst hand kannst. Weißt du, wegen wort? Wenn du in der Welt ohne dir hinzukommst, du wirst nicht schaffen, dass du wirst mit deinen Kindern reden. Aber weißt du wort? Da ist das. Dann kann ich mit deinen Kindern das Evangelium erzählen, da ich dort komme, mit dem Glauben, und dann sieht man sich nicht mehr. Ich will einfach nur sagen, vielleicht denken wir mit deinen Missionen, das ist nicht biblisch. Ich denke, von was hast du erreicht? Von was hast du gemacht? Du brauchst nicht den ganzen Kredit geben. Das ist biblisch, bloß wo das schlecht wird, das heißt, wenn du vollständig bist. Wenn du dann denkst, du bist so für vollständig und du musst nur erreichen, dann predigst du vielleicht jemanden da. Wenn du da und denkst, wie immer war er, Räumer 14.14 sagt Paul, es heißt, ich sage ja nichts, was ich sage, was ich sage. Bitte für den, der sich da erreicht denkt. Wenn du da denkst, wenn wir uns auch denken, was du dann machst, wie? Du hast das, was wir tun. Wenn ich dir sagen würde, du wirst bloß schlecht geplant mit der Plante, und wenn ich nicht mehr noch essen, was würde ich dann tun? Würde ich gehen, und bloß zu gehen, prädchen, und grinsen darüber? Nein. Dann würde ich anfangen Salz nehmen, würde ich Goudes planten, um dass du weiter essen würdest. Dann hat mich wenig Fällen gehen gerne, da wird noch schnell gehen, da die Uhren verholt sind, da die sind doof geworden, da hier nicht mehr. Nein, das würde die Bibel auf einer steht sein, denn. Noch ein Versch, weil wir uns lesen, in Lukas, äh, fahr und wenn ich sehe, fertig, weil wir uns den mal lesen, und wir sind in doll Versch, wo ich lange nicht alle wochen abkriegen, aber ich will auch noch ein Hundert lesen. Wie aus Christen, aus Gläubenden, wir sind wo in der Kirche, wir nehmen doll an der Kirche, wir haben den Mikrofon, wir haben die Spieker, so in der Kirche vielleicht, und dort geht du so durch, und wir sagen, dass er sich Goud durch das, die du von Jürgen würdest bringen. Wir wollen dort nicht rutsch, wir wollen vielleicht noch nicht an YouTube noch haben. Was du denkst, ist, dort geht dort all der Speaker, du vertelst, dass du durch den Mikrofon, dass der ganze Kirche das hören kann, dort geht du durch den Speaker, was du kriegst, so der dort hier. Wenn ich sie näher vertellen, wo jetzt, dort kämpft du in die Form bei den Speaker, dann hörst du ihn, dort kämpft du bloß einen Speaker an, das ist das selbe, das geht bloß wieder, das geht bloß ein bisschen wieder auf zu hören sein, und so, dort ist man das selbe, wenn wir nicht einen neuen Verdomen an das andere Basel haben, wenn wir durch die Rechnung gehen, das ist sehr wichtig, dass wir das waren dann, dass wir das nicht sein, das Schiff nicht gehen. Ich glaube, das geht nicht weiter, wenn er auf der Dach schafft. Wir haben uns das in Farge hier zum Mal lesen, Lukas 24, Vers 47. Wenn wir in der Havans, was wichtig zu sein, dann sage ich, Im Verkündig wird in seinem Namen umdenken, also dort meint sich büße dann, sich bekehren, zur Vergebung der Sünden, und ihr alle verhältst ja, angefangen von Jerusalem. Jesus sagt hier einmal zu seinen Jüngern, und dabei sagt er, zu uns von dir und auch. Wir sollen dir alle dort auf den Jüngern zurückbringen, wir wissen noch, wo das in Matthäus 24, sein soll. Und der wird wenigst bekannt erst, wenn wir uns denn mal lesen. Das sage ich, in der Öffentlichkeit vom Reich wird gepredigt worden, in der ganzen Welt, für alle Nationen, zum Zeugnis, und dann wird dort ein kommen. Was du ja dort ein soll kommen, da wäre das Öffentlichkeit vom Reich, predigen, von hierbei, wo wäre es gebetet worden, predigen. Wenn wir dort waren dann, dann kann dort ein, und fragen, ach ja komm, du sind so sehr viele Menschen, du kannst nicht persönlich ankommen, weil ich dort von koalst, die sind auch so und, und kippen sie sich da ein bisschen an, und, ah, Jutu, also, du sagst, ah, du sagst, ah, du sagst, ah, du sagst, ah, du sagst, du sagst, ah, du sagst, du sagst, ah, du sagst, ah, du sagst, ah, du sagst, ah, du sagst, ah Ich habe viele so nicht gehört, dass ich die Fung an zu kicken, was soll sie mich angehen? Ah, die Nische, wie sind so eine Nische hier? Weil sie nicht die Nische hier hängen, sondern ganz lange und kommen, dass ich dort umglaufe. In der Lüter sind sie dann in der Gemeinde, das ist das, was ich will sagen. Eine Organisation, eine Medium Mission, da muss einmal eine Organisation sein, würde ich sagen. Wenn ich plötzlich, ah, von denen, ich fange eine WhatsApp-Gruppe an, vielleicht habe ich dort selbst, dann kann ich wieder tun, was ich euch nicht sagen kann. Da ist es wichtig, dass wir eine Organisation sind. Da ist es wichtig, dass dort nicht bloß nur ein Kopf geht. Wenn ich bloß nur meine Wache, dann kann ich das auch nicht erreichen. Denn es ist wichtig, Taubarbeiten. Wer wird Taubarbeiten? Vielleicht hast du auch eine WhatsApp-Gruppe, dann frage ich, wer wird Taubarbeiten? Wenn wir uns noch ein paar Meier-Farschen lesen. In welchen Hinsichten haben, in welchen Dingen. Aber hier ist es wichtig. Ich habe nicht gesagt, du, das ist so wichtig. Ja, du, das ist so wichtig. Ich weiß nicht, dass wir recht dafür, was Gott ist. Jeder denkt, das ist wichtig, was hier ist. Jeder denkt. Wer wird das Recht verstehen. Wer wird das Recht nehmen. Ich weiß nicht, dass es so wichtig ist, was wir tun. Wenn wir uns noch ein paar Meier-Farschen lesen. Was wir denken. Ich war hier in Lukas nach Hause. Lukas 24. Wenn wir uns den 48. Du solltest noch lesen. Ich schläge den 48. Wenn wir den 48. Jetzt sage ich. Ich sage, dass sie zu ihnen. Wir sollen sagen. Wir sollen sagen. Ich sage, dass du sie zu ihnen gehen hast. Aber wir sollen auch sagen. Wir sollen sagen. Und ich will noch ein paar Bibel in der Hand. Wir sollen andere Prachen, dass sie sich von Gott verzeihen. Wo kann ich das? Wenn ich etwas schaffe für meine Familie zu essen habe. Wenn ich etwas schaffe für dich. Du solltest einen Tag Kleider kriegen. Weil ich hier Karten planten. Und dann bräuchte ich die Plante, die ich nicht mehr vernehmen. Und dann hast du die von diesem Stab ein bisschen in deinem Hand. Weißt du. Da waren Karten. Von den Karten haben die Kleider. Weißt du. Von dem. Und wir glauben das nicht. Wenn die alles in Graut und Holzgelächer haben. Und so. Ich kann auch noch da planten. Ich kann auch mit Spoden das in den Hüchseich haben. Weißt du. Und du weißt. Es ist wichtig. Ich kann andere Plante haben. Du weißt. Es ist wichtig. Weil wir das da auf den Öl in den Rütt bringen. Weißt du. Dann wird das hier auch wieder da sein. Weil wir reich. Das wird Gottes Verstuhren. Weil wir nicht einen Weg nehmen. Und an den anderen Hücherschätzen. Wir wollen uns vorhin in der Salle heute vorlesen. Und in diesem Film. Wenn Rheuma Kapitel 3 Vers 18. Dann haben wir vielleicht auch alle. Aber den sind mir ganz wichtig geworden. Vielleicht wird dir das nicht sehen. Mehr unbehoffentlich wird das. Wenn ich dir nicht erkläre. Dann sag ich. Du hast keine Pfarrung Gottes für ihre Jungen. Weißt du. Du bist ein Unglaubender. Du hast keine Pfarrung Gottes für deine Jungen. Was brückt das dann? Dann sag ich. Die 18. Du hast. Okay. Den du dich auch. Ich werde ein Säbchen. Dann sag ich. In der Friedenswache hast du nicht erkannt. Das ist eben nicht falsch. Du erkennst den Friedenswache nicht. Den eigentlich du kannst. Wenn wir im Glauben sind. Und wir in einem neuen Wohnen sind. Dann sag ich. Du hast keine Pfarrung Gottes. Dann sag ich. Du hast keine Pfarrung Gottes. Du hast keine Pfarrung Gottes. Entschuldigung. Also. Durch das Gesetz. Er kann wie immer was Sinn ist. Durch das Gesetz. Wo wir bei uns an. Wo das alles andere ist. Da braucht man mit mir in die. Dann wird Gott das zurückbringen. Ich will das hier einmal sein. Der Bibel ist. Der Evangelium zurückbringen. Der Bibel ist. Und der prachende Evangelium. Das ist zusammen mit Gott für sein. Und du hast die Pfarrung in 2.40. Kapitel 5. Du siehst von 17 durch 20. Denn wo ich den 17 vorseite. Das ist so wichtig. Wenn du sagst dort. Wann wir sind. Wann wir sind. Wann wir sind. Unter dem Licht kommen. Dann sag ich dort dann. Dann sag ich unsere Prache. Dann wird das Gesamt von Gott für sein. Unter dem Lohn. Du wegen Prache. Ich wollte einfach von dir. Einfach. Gehnt aus Christen. Aus gläubenden Kirchen. Einfach aus Gemeinde. Aus Ältesten. Aus Prädias. Wann immer. Mut mehr. Halt uns. Dem Gefolgen. Halt uns. Wir wollen abrächtig. Wir versiegen dich. Biblisch zu tun. Wir wollen nicht bloß Sinn und alles nachnehmen. Wir sollen als Organisation abrächtig zu arbeiten. Wir sollen, dass wir dann den Weich tun. Gott wird verherrlichen. Du versiegt wie sie sagen. Und dann fehlt uns keine Hoffnung. Und dann fehlt uns keine Hoffnung. Wir sollen uns unterhalten. Wollen wir toparbeiten. Wenn du so viele falsche Lüren hast. Dann braucht du auch noch abrächtig Lüren sein. Für die falsche Duhlstampel. Duhlmell. Das Mühl muss gestoppt werden. Du kannst so viele andere Dinge anbrennen. Jetzt müssen wir das abrächtig anbrennen. Das können andere sagen. Was wir so sehen. Wie sehen uns die Plante? Wie soll das so sehen? Was soll das so sehen? Was soll das so sehen? Wie kann das? In der Bibel lebt uns das, dass wir das selten tun. Das soll in der ganzen Welt. Wie können wir das tun? Ich weiß, dass das Weltkönig ist. Weil ich nicht die Möglichkeit habe, dass wir die Missionen kennen. Über die Technologien. Ich will meine Freundin hier auch geben. Ich will meine Reden über das. Red mich an, was sie denken, das ist falsch. Ich würde wirklich noch mehr Fersen haben, was sie denken, das ist falsch. Aber ich freue mich, dass sie über uns haben. Uns fehlt keine Unterstattung von den Gemeinden. Nicht, dass sie die Brüven rumpeln. Ich wollte sagen, dass die Gemeinden unterstattet wird. So viele von denen, die unterstattet, haben diese Dinge nicht abrächtigt. Ein einziger, der hat ein abrächtiges Verständnis, ist eine sehr feine Liga. Und bloß über die Medienmission, ich kann uns fragen. Ich freue mich, dass sie über die Menschen und bitte uns halten, damit wir die Gottes zurückbringen können. Weißt du? Wir können krechst es, von dem und dem, wir müssen größer Dinge bringen. Wir müssen größer Dinge bringen. Weißt du? Wenn ich hier so nahe rede, du kann ganz leicht, dass 1000, 3000 Menschen können krigen. Wenn ich gut rede, ich kann nicht nur ein sein. In den ganzen Tagen muss ich vielleicht 20-30 Tage stecken, aber das klare Evangelium in den ganzen Tag. Das kann ich auch hin und da. Wenn ich dort hier so nahe, dann kann ich die 1000 Städte dort ab verschiedenen Städten kreieren. Dann, wenn ich das Gebetsfall da und dann auch gehen wir in der Städte, gehen wir gebeten, dann kann das auf eurem Zugriff sein. Ich will jeden einmal sein, wo wir anfangen, aus einer Organisation zu arbeiten. Wie wir in der Posten, wie wir anfangen, wie wir anfangen, wie wir beten, wie wir anfangen, und wenn du es wiederkommst. Ich weiß, dass ich nicht durch diese Organisation sein will, immerhin nicht steckt, wegen dem Glauben gekommen. Bloß das, was ich wollte. Wofür mag ich das sein, was ich nicht wollte? Nicht das nicht den Puchen, sondern das Gott wird allmachtig getroffen. Das Leben wird ganz versatet und ab 1.3 in den Arm und das Leben wird von Gott. Das ist so viel. Wenn ich mich von diesen hören, von den Augen dachte, die Gemeinde, wo du es, in diesen starken Christen wirst du vielleicht wissen, was du von der Entwünnige Gemeinde und du wirst vielleicht an, die sind gehen, und wirst du anfangen, und wirst du anfangen, und wirst du anfangen, und wirst du anfangen. Und so sind auch die Medienmission zum Glauben gekommen, sie haben auch einen Hort dort auch Rüte gegeben, und dann bin ich zuwärter, der dort nicht mehr stand, und dann habe ich eine Schwereichheit, wirst du anfangen, weil wir uns breitertig arbeiten, weil wir für Christus du sind, wirst du dort kommen, ab 2.3 in den und das hat jemand geschaut, ab 2.3 in den wirst du vielleicht denken, wie du magst, unbedingt die Gemeinde orientiert sind, denn da wird die Gemeinde sein, wie du den unterstattest, denn ich glaube nicht, dass du einer von der wird abrächtig, denn ich will uns es, Hand zu geben, komm, denn da wird eine Gemeinde, oder alles eine Gemeinde wird, der wird sein, die unterstattest, ganz von der und wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen, die Zellen, nun, frische Aufhängung legen, oder wir wollen, mit den Taub, wie ich, ich würde, sagen, wenn es auch ist, wie es ist, wie es ist, auf diese Grund, nicht? Aber wenn du immer, mit den Taub, mit den Taub, mit den Taub, mit den Taub, geboten, viele könnten zum Glauben kommen, da würden die Erweignung geben, so, ich wünsche dir in Gottes Sein, nicht mehr, die heute könnten Sein sein, für dich, wenn du das immer hier hörst, wenn du nicht in der Sein ist, dann würde ich von dir die eine Frau aufstellen, wo steht das hier? Hast du noch ein Lauf? Lest ruhig mal drei Jahre, ich muss in der ersten Korinther drei Jahre, vielleicht mal vor einem ersten Monat, jeder Tag, vielleicht für zwei Monate, Hör ich das Video und hau mir leber. Ich glaube, du hast doch noch schnau dich. Gute sehen Sie mit dir.